Wie nutzen Videos im Vertrieb? Sehr schnell und sehr effektiv. Ein Kunde von mir sagt zum Beispiel, dass er durch den Einsatz von Videos im Verkaufsvortrag seine Akquisezeit halbiert. Er zeigt den Menschen ein Video, die Menschen sagen, super, habe ich alles verstanden, nach zwei Minuten zum Beispiel. Und so braucht er nicht mehr so viel erklären rund um das Produkt oder die Dienstleistung, die er anbietet. Und das ist am Ende bares Geld wert und sorgt auch für starkes Vertrauen bei seinen potenziellen Kunden. Klare Aussage, Videos wirken.